Liebe Frauen, kehrt das Ganze bitte mal um. Okay, stellt euch mal Folgendes vor. Der Mann kommt zu dir, ihr f***t eine Runde und danach sagt er, okay, ich gehe jetzt los, weil ich jetzt abgemacht habe mit einer anderen, mit ihr raus, gehen feinen Wein trinken und er gibt die Aufmerksamkeit und seine Zeit jemand anderem. Mit dir ist es nur so, dass er schläft. So in etwa ist es für einen Mann, wenn du sagst, weißt du was, du gibst mir dein Ohr, damit ich den volljammern kann, du bist mein Freund, ich gebe dir die Aufmerksamkeit und gehe nachher zu jemand anderem und vögel den richtig durch, okay? Das ist genau dasselbe, genau dasselbe. Es ist einfach aus der männlichen Perspektive.